Die Askias Precision ist ein Laserbearbeitungszentrum, das in Kooperation mit unserer Schwesterfirma Auxos entstanden ist. Diese Maschine ist besonders geeignet für hochpräzise Bearbeitungen. Dank der Laserschutzscheibe in der Maschine handelt es sich um ein geschlossenes System und die Laserklasse 1 wird somit erreicht. Somit können Sie diese Maschine in Ihre Fertigung stellen, ohne einen separaten Laserschutzraum einzurichten. Dank der CNC-Steuerung in dieser Maschine ist eine 5-Achs-Simultanbearbeitung möglich. Die CNC-Programme können mittels einer CAM-Software erstellt und auf die Maschine übertragen werden. Die Precision verfügt über zwei unterschiedliche Nullpunktspannsysteme. Eines dieser Nullpunktspannsysteme ermöglicht den schnellen Wechsel der unterschiedlichen Bearbeitungsköpfe. Mit dem anderen Nullpunktspannsystem können unterschiedliche Spannvorrichtungen auf den Maschinentisch montiert werden. Je nach Bedarf kann man bei der Precision zwischen unterschiedlichen Bearbeitungsoptiken auswählen, die hier im Hause entwickelt werden. Mit diesen Bearbeitungsoptiken können Sie zum Beispiel auf dieser Maschine Laserschneiden, Laserbohren oder Laserschweißen. Passend zu den Bearbeitungsoptiken haben wir unterschiedliche Spannvorrichtungen entwickelt. Darunter zählt der Schneidkasten zum Laserschneiden, welcher in unterschiedlichen Größen verfügbar ist. Außerdem haben wir eine Hochgeschwindigkeitsspindel, welche für das Laserbohren geeignet ist. Ihre individuelle Spannvorrichtung können Sie auf unserer universalen Spannpalette befestigen. Je nach Anwendung können Sie die Precision mit unterschiedlichen Auxus-Lasern ausstatten. Die Auxus-Laser zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und eine hohe Strahlgüte aus. Durch die eigens entwickelte Lasersoftware können Sie jegliche Parameter auf Ihren Prozess anpassen. Dank der kurzen Umrisszeit der Bearbeitungsköpfe ist es möglich, Prototypen herzustellen. Dank der CNC-Steuerung in Kombination mit der hochpräzisen Maschine ist es uns möglich, eine Serienfertigung durchzuführen. Die ASCIIAS Precision ist somit universal einsetzbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017